Hallo und herzlich willkommen zurück auf YouTube. Das Farm-Kollektiv Avantgarde muss eingenommen werden. Kai ist mit dabei, Kai geht mit auf Weh. Wo bin ich hier, Alter? Wo bin ich hier, was mach ich hier? Ich habe dann PP-Schar dabei und einen Stangehörer. Und einen Molotov, wollte ich sagen. Ich rede wie wir rüber. Wo bist du denn auf Weh, Alter? Rechts hinter dir bin ich. Okay, Molotov ist raus. I don't know why, but I can. Ich bin in den Graben gefallen. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Bin auch weh? Ja, ich jetzt auch. Ah, ist ja noch mit einem. Das größte Problem, was ich an dem Spiel habe, ist das Waffen anwinkeln. Der tut das, wenn ich das nicht will. Ja, automatisch. Ja, ja. Das würde ich gerne aufstellen können, oder so. Hast du schon irgendwas mitgekriegt hier, oder so? Naja, die sind alle auf A und wahrscheinlich in Richtung C. Nein. Na, den einen habe ich gesehen, oder den habe ich getötet? Ja, dann hast du das gesagt. Mhm. Sag ich doch die, äh, die russische MP. Ja, hier ist was auf B. Ja, ja, ja. B ist groß, das sind alle drei Stück. Links von uns fürchte was, oder? Ja, ich höre auch irgendwas. Da im Fenster habe ich was gesehen. Gegenüber von uns, da. Aber, äh, ja, der ist ganz links außen, da. Erste noch? Äh, ich wiederbelebe mich. Oh, ich bin wieder down. Ab ihn? Bist du... Naja, ich bin down. Hab ich ja gesagt. Hast du, weil wir sollen? Äh, warte, äh, ja. Hier sind noch welche. Drei, eins. Hier sind noch welche. Rups, bin da. Jo. Krampelt zu viel, mein Freund, das hat. Äh, guck mal auf die Leiste, ne? Wir sind immer mehr als einer, Woodsay. Ja. Einen habe ich, draußen war noch einer. Der war schon mit. Haben wir auch da irgendwo? Ja, hab ich. Ich bin auf B drauf. Ja, aber hier sind... Ne, das ist alles B. Alle drei steile. Ja, ja, ja. Nothing. Für mich ist immer der mittlere B, wenn ich... Ja, 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 ja. Aber es sind... Alle drei. Es sind alle drei. Einer noch. Ich war jetzt in... Der ist draußen, der ist hier. Der ist da, in der Mitte drin. Ja, ja. Den? Hab ihn. Ja, ja. Draußen. Ich überleg mich wieder. Kannst du mir Deckung geben. Ja, ja. Da, 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 wo ich markiert habe. Letzter Markierpunkt, da war ein Gegner. Ja. Zwischen den beiden. Hab ich gesehen, aber... Äh... Der ist irgendwie nach links oder so weg. Hab ihn. Alter, ich mag die irgendwie, ey. Ach, das ist einer von mir. Mann, da habe ich jetzt so verstanden. Da kommt ein Panzer, glaube ich. I don't know that. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Die müssen ganz links sein von uns. Weil rechts bin ich gerade. Ja, ja. Hab einen. Alter, ist das der Panzer, der hier reinballert? Ja, hört sich so an. Ich hab noch drei Schuss. Die Tür ist down. Ja, ja. Hab ich gesehen. Lade mal nach von der Zwischenzeit. Ja, der Panzer ist vielleicht rechts. Ja, soll er mal. Solange er uns nicht so wegholen kann, weißt du? Ah, stimmt. Hab dich ja nicht schon vor zwei Spielen gesagt, ich will dich lauter machen. Weißt du, was ich getan hab? Ja, nix davon. Richtig. Panzer ist markiert, ist in der Mitte. Ja. Der kommt jetzt. Der kommt nach uns und die Tür ist offen. Mama. Komm mal. Ich hör auch nur, dass du hinter mir irgendwo. Der kommt von hinten rein. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich wiederbelebt mich gerade. Danke. Wir haben immer den Köln geklautert, aber ich hab keine Mission mehr. Da ist der Panzer. Da ist der Panzer. Nicht rausgehen, bitte dieser Panzer. Neben dir ist der Panzer, kriegst du was mit? Ja, von vorne. Ja, links von hier steht ein Panzer. Mann, du sagst von vorne sind Gegner. Das ist falsch mit dir, Bruder. Der steht nicht. Ja, naja, ich weiß. Da kommt noch was von vorne zu. Ja. Na, wo kommt der drauf? Ganz außen wahrscheinlich, wa? Ja. Ja. Mitte hab ich. Ja, einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Ja, gut. Hab ihn. Durchs Gebüsch. Nice. Da ist noch was. Da war noch was. Nach rechts gelaufen. Ich seh halt nichts gerade. Ja, einen hab ich da. Da wirds noch was durchs Gebüsch. Hab ich. Oh, und jetzt wurde ich von dem Panzer durch die Tür weggefahren. Ja, ich hab keine Munition mehr. Ja, ich hab keine Munition mehr. Ja, ich hab keine Munition mehr. Ja, da bin ich da. Ja, ich hab keine Munition mehr. Ja. Ja, natürlich drehst du dich um und schießt, ob ich wollte hier eigentlich mit Messern, Bruder. Ja. Boah, ey. mehr spaß aber es intensiver durch ihn dieser panzer ich stelle flack auf aber flack gegen panzer war glaube ich keinen unterschied ich stelle sie trotzdem auf es kann der panzer fährt hier mal noch rum ja ich hab nur flack im mittleren haus von b ich wollte mich echt einer waschen alter ich weiß nicht wo irgendwas ist hier wieder noch auf b ja 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 immer schießt hier auch auf mich ich baue rein und spawnpunkt da läuft was durchs haus ich bin immer noch nicht auf b ich bin noch vor b ich baue rein und spawnpunkt da ist immer noch der panzer ne ja 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 spiel doch bitte deine sprengladung aus bruder ich hab den panzer einmal getroffen aber keinen schaden gemacht ich hab halt gleich auch nichts mehr oder so dass ich sagen würde ja wie kommt jetzt nach euch ich bin auf dem dach vom b liegt einer welchen also von dem plätzen auf der genau da wo du bist oben drauf ganz hinten auf der linken seite ist dort ja ab ihnen danke für jansa hinter uns sind immer noch der panzer ich bin jetzt auch mal auf dem dach hier mal schauen was man hier so machen kann ich sicher gerade mal unser hauspanzer ist da der kann jetzt nur rein schießen aber nicht mal reinlaufen ja 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 links von dir links im graben ja ja im graben oder was ja im graben oder was ja da hinten laufen laufen ja jajajaja weißt du wo der panzer ist ist jetzt ap anti-panzer oder ist fi ich bin der meinung ap oder mein gott wie viel kann man denn daneben schießen auf dieser panzer begrüße sie mama ja ich bin gerade an af close auf munition am lagen naja guck mal ob ich den tank ein bisschen was kann ich fahr panzer mama ja der tank geht halt auf den sack deswegen fahr ich jetzt panzer auch du auch ja du bist das davor ja naja doch wenn ich überhaupt nicht nie zu fahren das ding hab seine ketten zerstört aber ja er hat mich ins so ein das ist ein wirklich schwerer panzer ja ich glaube der ketten dürfte sich nicht mehr so viel mitnehmen Gott ist das ein scheiß zu fahren ja 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 der ist nach c ne der ist nach c ja 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 du brennst auf jeden fall auf also der panzer brennt da oben ja ich bin tot mein panzer ist im arsch ich hab seine kette kaputt gemacht aber nicht genug mein nächstesn facky dreh dich doch schneller hier mit deinem geschützer ja ja verhoffter komm schauin mama noch lang ist aber gehts gar nicht uuuuuh mhm das bin ich guter mich da genau an das bei c der tank naja bin du nicht hier irgendwie in den ding das wäre jetzt sehr zu laut ich mach halt ist der immer noch da irgendwo ja hier ist immer noch markiert immer noch genau auf c drauf ja ich sehs halt nicht ich bin genau auf der anderen seite jetzt einfach bei c muss einfach nur nach c ooooh das ist flack übrigens ist der heavy tank so schwierig dass er noch nicht mal scharf auf meiner sprengladung kriegt also das ist ein so wichtiges missstück ja 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 der ist einmal hier um die ecke vielleicht hab ich hier einsteigen oder so wie hier um die ecke ja hier um die ecke rechts da fährt er da steht er ja ich kann nicht so schnell denken ja ja ich sag's dir nur da ist er aber ich glaube er weiß dass du kommst er weiß dass du kommst ich stelle mich in die schüsse ich stelle mich in die schüsse oh schieß dich ok er hat mich erschossen hat's was gebracht ne ne wieso kann ich nicht nein was machst du warum kann ich dir jetzt womit join ich kann nicht feuern was ist das die konnten nicht feuern also weiß ich nicht was war das denn schon wieder was ist das ich kann nichts außer Panzer fallen ich kann nichts außer Panzer fallen ich kann nichts außer Panzer fallen du hast gerade Richtung A ne was sagt ihr das ja ich weiß er hat gerade im Fußler hinter mir gefallen ja das hab ich auch gehört hinter mir hörst du da siehst du irgendwas in Molldorf da kommt was rein den hab ich den hab ich geworfen ja ja da kam aber noch was rein dahinter irgendwo oh das war das Flackern aber ja wahrscheinlich das Flackern links von uns ne links von uns ne ja doch ach dieses Fenster jemme oh ist down rechts da kommt was pass auf ja ja was ist das Feuer was so viel Geräusche macht irgendwas sowas oder Panzer oder oder das Flugzeug was hier so klappert ja oder das oh Hammer jo dafür B nicht mehr ach komm jetzt wo ich einen sehe und schieße der hat der noch gezählt ja war irgendwie ne komische Runde Freunde bei YouTube ich bin auf jeden Fall Held des Befechts mit bester MP find ich gut war irgendwie schwierig bei B ist in der langen Zeit nichts passiert dann haben wir uns sehr um den Panzer gekümmert und haben B vernachlässigt und was weiß ich nicht war schwierig trotzdem schaltet doch morgen wieder ein abonniert die Glocke klickt den Kanal und so weiter und so fort wir sind cool